Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer des Muko-Freundschaftslaufes, wie so viele Veranstaltungen auch, konnte unser geliebter und traditionell bekannter Muko-Freundschaftslauf dieses Jahr aufgrund von Corona leider nicht stattfinden. Trotzdem möchte der Muko-Vistidose Landesverband Berlin-Brandenburg euch eine Alternative bieten. Auch wenn in diesem Jahr nicht gemeinsam gelaufen werden kann, meldet euch auf der Homepage des Landesverbandes an und lauft zwischen dem 10. Mai und dem 10. Juni wann und wo ihr wollt. Auch für den ersten VfL Potsdam ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit auch dieses Jahr Muko-Freundschaftslauf weiter zu unterstützen und Spenden zu sammeln, damit es auch in Zukunft möglich ist, weiter gemeinsame Engagemente und Projekte zu unterstützen für Muko-Vistidose Patienten und für ihre Angehörigen. In diesem Zuge versteigern wir diesen original getragenen Trainingsanzug von der deutschen Nationalmannschaft. Der Erlös kommt voll und ganz dem Muko-Vistidose Landesverband Berlin-Brandenburg zugute. Also spendet fleißig!